Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit Monsieur Cousine Gorgonzola Soße zubereite. Das Rezept habe ich aus der neuen Mix. Die Zeitung ist seit gestern im Handel erhältlich. Ich habe das Probeabo und werde einige dieser Rezepte nachbrutzeln und zubereiten. Etwas später werde ich euch noch mehr über dieses Heft erzählen bzw. euch mal reinschauen lassen. Wie gesagt, wir fangen heute an mit Gorgonzola Soße. Wir benötigen dafür 20 Gramm Mehl, 200 Milliliter Milch, 200 Milliliter Sahne, 200 Gramm Gorgonzola Käse, den habe ich an der Käsetheke gekauft, der schmeckt mir besser als der abgepackte. Außerdem benötigen wir Salz, Pfeffer, geregene Muskatnuss und 100 Milliliter trockenen Weißwein. Dass Monsieur Cousine keine Küchenwaage hat, ist wieder nicht schlimm. Wir haben den Messbecher mit einer Skala. Das genügt uns und schon geht's los. Die Rinde wird vom Gorgonzola Käse entfernt. Der Käse wird dann in grobe Stücke geschnitten und kommt in den Mixtopf. Ich liebe Käse, meine Männer auch, also das wird heute hoffentlich ein ganz leckeres Essen. Ein Stück darf noch ruhig probieren. Lecker. Ich muss noch mal schauen. Die Zutaten kommen jetzt bis auf die Gewürze alle in den Mixtopf. Also beginnen wir einfach mal mit dem Gorgonzola Käse. 200 Milliliter Sahne. 200 Milliliter Milch. 100 Milliliter trockenen Weißwein. Jetzt muss ich mal schauen, wo hier die Markierung war. 100 Milliliter. 100 Milliliter. 100 Milliliter. Vorweißwein. Und 20 Gramm Mehl. 20 Gramm Mehl sind etwa ein Esslöffel. 5 Sekunden Stufe 8. Ok. 5 Sekunden Stufe 8. Ok. 5 Sekunden Stufe 8. Und anschließend 9 Minuten bei 100 Grad und Stufe 3. 9 Minuten Stufe 3 bei 100 Grad. . 3 2 2 3 1 1 Es duftet, der Gorgonzola ist auch geschmolzen, ich muss mal probieren, super, die Soße wird jetzt wie gesagt noch mit Salz, Pfeffer und Muskat ein bisschen abgeschmeckt, viel würzen muss man nicht, der Gorgonzola schmeckt herrlich kräftig, die Nudeln setze ich gleich auf und dann können meine Männer und ich auch schon essen, wie gesagt das Rezept habe ich aus der neuen Mix. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.